hallo leute und herzlich willkommen wieder bei legend of zelda frost wird wir sind jetzt in der welt wüste der errungen und das level heißt auch anscheinend wüste der errungen wo aliens waren hier holy shit stürmen merke der weg vielleicht nicht stehen reise muss weitergehen okay juros geil aus wie das alles so wackelt ein bisschen so okay lady okay aufregung ein mann um ein gott würde ich wie zu hause blablabla was gibt es denn hier okay ich fühle mich wie zu hause ich schweiß es nicht ruhig an dem rum heiligtum ja 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 warum macht ihr nichts dagegen toll du bist reich soll ich erst jedes haus reingehen und dann gucken was da gibt oh mein gott man gibt fünf häuser das ist viel zu viel und ist wahrscheinlich nichts tolles doch nicht wusste es und lass mich raten was im nächsten tor drin ist auch mein gott okay auch das stuhl wo was alle 100 jahre wird einer sein das herz macht wir das noch ein hochloser mann ja röner auf kam haben die gurus den garnendorf unterstützt was machen sie hier hier sind sie anscheinend gegen garnendorf haben wir zurück oh mein gott der ging allein dorthin aus gier und macht hunger ist das für eine lady auf geheißte meiden oh mein gott warum wissen eigentlich alle seinen namen hat er den irgendwie an die wand immer geschrieben oder was ich bin garnendorf oder wie hat er das gesagt so das sind wasserkrüge falls ich die braucht merke ich mir die mal und was hast du wow das ist eine sondergenehmigung tja das kenne weil aber wir gehen in das letzte haus auch noch ein auch wenn du wahrscheinlich nichts besonderes zu sagen hast ja das wissen wir schon okay das haben wir uns die anderen auch alle schon gesagt egal nein 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 wir sind da zweimal reingegangen oder wir sind dann stürmer wow sandmonster und noch mehr sandmonster cool cool ja es war der falsche weg und waren hört man garnendorf lachen egal ach ja jetzt willst du mir wahrscheinlich was sagen oder nee toll ist das wieder so tolles trial and error hier oh nein oh noch ein bisschen so was gibt es hier der weg der war der un anscheinend brauche ich irgendwie was damit ich nicht wind kann oder wind ausschalten obwohl ich nicht weiß wie das gehen sollte und hurray vor treibsand was gibt es hier oben ein großes sandmonster noch ein sandmonster oh ich kann hier durch und mumien die irgendwie mich gar nicht attackieren wollen habe ich das gefühlt aber die letzten lassen die anscheinend auch nicht töten ok oh oh was ist das alles zum sprengen ouch ok die machen schaden und hier kann ich auch nicht weiter ok das heißt hier will ich gar nicht hin will ich hin da oben ja woher soll ich denn das wissen das ist blöd man weiß nicht muss alles ausprobieren das ist das mag ich nicht können sie nicht schütteln machen achtung starker wind oder sowas ne sowas machen wir nicht ne was soll ich machen ich muss den wind trotzen ja wie ok das level mag ich nicht ich will es aber mögen ich will alle sachen mögen hello kitty hey vielleicht will ich hier weiter nach hinten gehen ok hier sind schon mal pegas und stiefeln die will ich wahrscheinlich auch haben oh ja oh ja oh ja die will ich haben ben und lass mich raten da ist nichts tolles hey ich wollte meine kollegen nicht wollen toll ja ich wusste es doch wenn so und kann ich jetzt mit dem pfänger so steht mir da irgendwas ausrichten ich vermute mal nein oh yeah kann ich die damit töten nicht es ist aber sieh ich jede sache viel zu risikohaft nene 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 ich hoffe ich habe genug fehlen nach mancher die 25 25 so dass wird hier stand spannend der rom hier alles kaputt zu rennen und dann bis wir irgendeinen finden der geht ja wir können nichts anderes machen außer halt alles ausprobieren so das ging schon mal aber es hat mir nicht viel gebracht also eigentlich brauche ich nur alle ja okay so geht das und jetzt brauche ich noch irgendwas tolles und pferde ok was gibt es hier ok so jetzt frage ich mich nur wo ich die montelle einsetzen will ich habe bisher noch keinen ort gesehen aber jetzt gucken wir mal alles gucken wir mal ein bisschen rum und ich denke mir in der schattenwelt gibt es kein wind genau ich könnte jetzt hier raus gehen gleich wieder und ich denke das mache ich auch auch wenn ich nicht genau weiß was ich jetzt will ja ich glaube ich gehe wieder zurück die töten mich ne hier bringt es nichts ich weiß noch nicht was ich hier will ich sterbe gleich wieder ich sehe das schon so jetzt kann ich bestimmt nach hinten naja das war unfair ich wollte da nicht gegen ich sehe ich schon ich verliere hier alle 25 force fähne ich habe das wäre blöd weil kaum zu glauben ich stehe nicht so was was wollt ihr mir jetzt sagen ich glaube nicht dass ich alle mumien töten soll oder ich will sie mal versuchen eine zu töten ich versuche jetzt mal diese blöde mumien zu töten oh es geht es geht alter die sind blöd die scheiß mumien ich hasse sie okay okay kack mumien kack kack mumien